Da hat man einmal die Schuhe aus dem Blick, da greifen die schon wieder hier irgendeine Scheiße an. Ist irgendeine Verteidigung hier hinten? Na gut, kann man hier vorbeiziehen. Perfekt, gut, gut, gut. Hier zieht erst mal weiter hier schön. Ich will auch wirklich meinen, dass das hier wirklich auch die nächste Insel wird, was wir hier angreifen. Scheiße, wunderbar. Ist aber viel... Verteidigung an Hafenverteidigung. Ja, du Scheiße, was soll man denn hier machen? Aber es sind gute Schütze hier überall, nein. Flammenwerfer? Reparaturkran, gut. Lass noch Reparaturangran angreifen und dann geht es hier weiter. Ach du Scheiße. Wirkt witzig. Wirkt witzig, aber wenn die hier weg ist, ich glaube, das ist die größte. Da braucht man alle Schiffe. Ist auch schon scheiß Flammenwerfer hier. Ach, hier unten ist auch noch was. So. Bin ich ja mal gespannt, ob das dann funktioniert. Ja. Muss ich ja jetzt, ehrlich, gestehenderweise ja mal sagen, behaupten. Und ich immer ein bisschen beobachten, ob hier dann irgendwie mal was dann ist. Hier ist ja nur irgendwelche Leute, die wir hier... Und hier... Einteilige Unterwäsche? Nein. Ich brauche keine einteilige Unterwäsche. So. Wir können das hier doch eigentlich mal ein Name gehen, die Insel. Fredisheim wird abgebaut. Also das heißt, Fredisheim könnte das eigentlich umbindeln, aber will ich nicht. Wir nennen es... Die Stadt. Sollten wir aber auch aussteigen. So. Die Stadt. So. Gut. Wir nennen es die Stadt. Jetzt kann etwas passieren, wenn es sich in drei Minuten abläuft. Was passiert denn dann jetzt hier? Wir werden es laufende Videos bestimmt sehen. So. Okay. Gut. Wir bauen dann auch erstmal Kartoffeln... Plantagen. Aber für Kartoffelnplantagen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Platz. Glaube ich. Wie viele Tiere hier sind, alter. Erfolge die Details machen. So. Okay. Erstmal... Ich kann doch ihn bauen hier. So. Perfekt. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht in die Quere kommen. Oh, nö. Schade. Hallo. Wir bauen hiervon auch erstmal... Ähm. Bam, 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 bam. Ah, komm, wir bauen hier rein. Erstmal zwei Felder hin, weil wir dann auch erstmal ein Lagerhaus hier wieder hinbauen können. So. 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 Und dann können wir jetzt auch schon der dritte Kartoffelplan bauen, weil es wurde nachgeliefert. so. werden wir hier mal auf alle Felder haben können. So. Weil die Schlossradereien, die brennen ja auch wirklich, 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 wirklich schnell. So. So. Dann kann das erstmal die gemacht werden. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Naja, ihr seid nicht zufrieden, du. Glaub mir mal. Oh. Mein Arscht weh vom Sitzen. Scheiße, Mann. So. Gott. So. Gut. Die Schiffe sind mittlerweile hier. So. Dann geht's hier hoch. weiter. Und. Afrika. Können wir dann auch bald abbauen. Schiffe sind wir haben. Mehr als bereits. Gerteile gelaufen. So. Wir werden das nächste Schiff bauen hier. Wir brauchen Schiffe, Überschiffe. Wenn wir die hier wirklich alle weg bekommen wollen. Aber wenn die Insel wirklich weg ist. Dann können wir wirklich hier ganz in Ruhe erstmal hier fahren und hier alles weg holen. Das sollte dann nach der Problem sein. Flüssiger kann das Leben nicht laufen. Zufriedene Ingenieurer, die sind zufrieden hier alle. Das ist ja selbst. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh. Die Feuer kommt nicht hinterher. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja. Im Dürmer liegt es mal wieder in Schutt und Asche. Eine Explosion nach der anderen. Das läuft ja hier wie ein Linder-Spiel, Freunde. Wirklich. Die Formel ist unvollständig. So. Coucher fehlt? Really? Die Rohre sind leer und... Stopp die Maschine. Im besten kann man noch. Oh. Eine Inspektion. Der letzte. So. Kann man noch nicht bauen. Aber wir fahren ja schon Autos hier. Ja. Kannst aber. Geil. Hier wird alles gelöscht, was gelöscht wird. Gar nie. So. Genau die Kanonen-Produktion hier. Es läuft ja hier wie ein Linder-Spiel hier. Perfektor. Martico. Scheiße, Digga. Jetzt ist die Zeit hier eigentlich abgelaufen. Ja. Ja. O.G. Na jetzt doch. Zeit ist abgelaufen. Gott. Dann scheint mir. Ach du Scheiße. Wir müssen ja hier noch einen Weg verbinden. Habe ich ja ganz vergessen. Upsi. So. Gut. Aber jetzt kann es beginnen. Jetzt kann es beginnen. So. Gut. Wir können auch gleich eine zweite Schnaps-Brennerei bauen. Wie lange dauert das hier? 3 Sekunden. 3 Sekunden. 3 Sekunden. 3 Felder haben wir. Ist in Ordnung. Das sieht ja gut aus. Perfektor. So. Wir werden ja. Glaube ich auch. Gleich. hier irgendwie. Gupfermine. Fenster und Dingsfehler. Okay. da. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Das gehen wir hin. Also wir brauchen 10 Fenster. So. Und Stahlbeton 15 waren das glaube ich. Irgendwolle fehlt uns auch. Scheiße alter. 2 Meter. Ne Meter hier. Ich muss nichts zum Katzen hier. Ähm. Steilbeton. Amazene. War es richtig? Wir prüfen das noch mal. Bevor wir die durchschicken. Ähm. Ja. Gefahr richtig. Neue Befehle. Du darfst. Hier rüber heizen. Okay. So. Gut. So. 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 Sonst haben wir welche Wünsche in die. Dann könnten wir euch dann schon ein paar Dinge hochbauen. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Schnaps ansparen. Die Flammen wurden gelöscht. Gut. Dann können wir die Kanonengießerei wieder aufbauen. So. Döbern liegt jetzt nicht mehr in Schottonage. Also schon mal sehr positiv. Das ist sehr positiv. Gut. Die Schöpfer. Hier. Und schicken wir erstmal so hier rüber. Und dann wenn sie dort sind schicken wir. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So. 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 Hier drüben. So. Das war mal klar. So. Gut. Aber. Ich würde sagen wir faxen noch nicht lange rum. Flotte erwartet Befehle. Und wir werden noch die Siedlung gleich angreifen. Warum? Weil wir die jetzt richtig auf den Sack gehen. Wir dürfen hier echt keine Chance verlassen. Ja. Das wäre nicht so optimal. Ja. Die wird schon angegriffen. Oder eben sollte alles Schiffe von der vernichten. Das wäre natürlich auch eine Variante. Wir müssen glaube ich alles machen. Wenn die hier. Ich bin mal gespannt was passiert wenn die komplett weg hier vom Fenster ist. Bin ich wirklich gespannt. Aber bis das so ist dann haben wir noch ein paar Schiffe bauen. Das wird ein harter Kampf hier. Das wird sicherlich ein harter Kampf. Muss man ja mal sagen. Die Schiffe beim auch hier zur Verteidigung. Natürlich. So. Gut. Achtung. Admiral anwesend. Sehr schön. So. Dann kann ich mich abladen. So. Und. Hier war das. Genau. Kann man eine Koffer haben wieder bauen. So. Kommt natürlich nochmal ein Weg. So. Und ein Lagerhaus. Werden wir hier. auch noch brauchen. So. Was ist das? Müsste passen. Genau. Dann komme ich hier den Kupfervorrat ja schon mal in Ruhe. Machen wir alles. Genau. So sieht es auch aus. So. Wir stecken hier viel. Ja. Wir lassen das erstmal so. Hochbauen kann man dann immer noch. Ja. Ja. Ja.